Hey ihr lieben Gartenfreunde, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, der gute Kaffeesatz, das ist wirklich ein Wundermittel für den Garten. Man kann damit so viel machen, dass er als Dünger dient, wissen glaube ich schon die meisten. Aber der kann noch so viel mehr. Und was er alles kann und was man damit alles im Garten machen kann, das zeige ich jetzt. Ja, vielleicht erstmal, wo kriegt man den Kaffeesatz her, wenn man nicht selbst exzessiver Kaffeetrinker ist. Wenn man selbst Kaffee trinkt, kann man den den ganzen Winter über schon sammeln. Ansonsten macht er das so wie ich. Ihr nehmt den auf der Arbeit mit, im Büro wird viel Kaffee getrunken. Man kann aber vielleicht auch bei Bäckereien oder in Cafeterien fragen, ob man Kaffeesatz kostenfrei bekommen kann. So, was kann der gute Kaffeesatz alles? Da kommen wir jetzt zu. So, dass er als Dünger dient, ja, das wissen wir mittlerweile alle. Aber was oft unerwähnt bleibt, der ist nicht für alle Pflanzen geeignet. Der ist für Pflanzen geeignet, die halt gerne einen sauren Boden bevorzugen. So zum Beispiel hier meine Heidelbeerpflanze, die braucht das, die mag das gerne. Deshalb hier den Kaffeesatz einfach verstreuen, ja. Bis zu 50, ja, Gramm kann man hier ganz gut ausbringen. Man hakt das ein bisschen im Boden ein entsprechend. Und, ja, man muss den auch draußen nicht vorher trocknen, wie oft erwähnt wird. Denn ich gieße jetzt natürlich auch gleich und dann wird er wieder nass, ja. Für Zimmerpflanzen ist das auch nicht geeignet, da die im Innenbereich dann zum Schimmeln neigen, beziehungsweise der Kaffeesatz, ja. Und wie gesagt, auch jetzt keine Apfelbäume oder sowas düngen. Also keine Pflanzen, die mehr so einen alkalischen Boden bevorzugen. So, von der Überdüngung braucht ihr übrigens auch keine Angst haben. Der Kaffeesatz zersetzt sich sehr langsam. Wenn es mal ein bisschen schneller gehen soll, dann kann man den natürlich auch entsprechend hier in so einer Gießkanne auflösen und dann mit dem Gießwasser gießen. Oder auch abgestandenen Kaffee kann man auch verdünnt ganz gut gießen. Ich würde jetzt hier auf 5 Liter dann so einen Liter Kaffee draufkippen. Und dann kann man den Boden auch wieder saurer gestalten. Aber nicht nur düngen kann man damit, auch viele andere Sachen noch. Könnt den Kaffeesatz auch noch auf den Kompost geben. Der wirkt dann dank seines Koffeins als Kompostbeschleuniger, weil er natürlich auch die ganzen Mikroorganismen im Boden oder auch im Kompost dann halt anregt. Und so geht das schneller. Aber nicht zu viel, ja. Nicht den ganzen Kaffeesatz da draufkippen. Mit Maß müsste man das Ganze machen, weil zu viel Kaffeesatz, wenn das alles verklumpt. Das mögen die Regenwürmer auch nicht. Und kann dann auch eher kontraproduktiv sein. Deshalb ganz wichtig, ja, nicht zu viel. Und wer seine Pflanzen mit Kaffeesatz düngt, sollte natürlich auch nicht ausschließlich mit Kaffeesatz düngen. Denn der Hauptbestandteil ist hier Stickstoff. Die anderen Bestandteile sind auch drin. Aber eben nicht in so großem Maße wie in einem anderen Dünger. Deshalb auch immer noch mal entsprechend mit einem herkömmlichen Dünger düngen. So, was kann ich noch machen mit dem guten Kaffeesatz? Ja, ihr seht es hier. Ich hatte hier ein Ameisennest. Und da habe ich Kaffeesatz drauf gestreut. Ameisen mögen den Geruch nicht. Und die suchen sich dann einen anderen Platz. Das ist also eine gute Möglichkeit, Ameisen dort zu vertreiben, wo man sie nicht haben will. Und denen eine Möglichkeit dann zu bieten, dass sie sich woanders ansiedeln. Ja, ihr könnt auch Wespen damit ganz gut vertreiben. Wenn ihr das so ein bisschen, ja, räuchert, den Duft mögen sie dann auch nicht. Und dann kommen sie zu euch nicht an den Tisch. Schnecken kann man damit auch ganz gut entsprechend, ja, vertreiben. Beziehungsweise von den Pflanzen fernhalten. Indem man diese einfach damit düngt, den Kaffeesatz um die Pflanzen ringsherum streut. Und dann gehen die da auch nichts rüber, weil die das Koffein halt auch nicht vertragen. Und dann fernbleiben. Was nicht geht, ja. Ihr seht hier den Buchsbaum. Der ist vom Zünsler befallen worden. Den Buchsbaum Zünsler kann man hingegen damit nicht bekämpfen. Das wird nämlich leider häufig erwähnt. Da muss man andere Sachen machen. Die habe ich euch hier mal verlinkt. Die wirken auch. Ein bisschen Buchsbaum habe ich nämlich noch erhalten können dadurch. So, was kann ich damit noch machen? Wer Probleme mit Blattläuten hat, auch da kann Kaffeesatz helfen. Einfach hier eine Sud aus Kaffeesatz hier reingeben und dann eure Pflanze damit besprühen. Ganz wichtig natürlich, dass Pulver nicht direkt hier in die Flasche geben und auflösen lassen. Dann verstopft die Düse. Sondern lasst das einfach nochmal hier durch den Filter laufen. Und dann habt ihr eben, wie gesagt, so eine Kaffeesatzdut. Und damit könnt ihr dann ganz gut eure Pflanzen behandeln gegen Blattläuse. Die vertragen nämlich auch das darin enthaltene Koffein nicht. Und ja, das ist ein wirksames Mittel gegen Blattläuse. So, und dann ist es so. Zwei habe ich noch, ihr Lieben. Erstmal, hier könnt ihr sehen, bei mir im Rasen ist richtig viel Unkraut drin. Ist aber auch so gewollt. Wer das nicht will, wer zum Beispiel weniger Klee im Rasen haben will, der sollte mal sein Rasen mit Kaffeesatzdung. Habe ich euch hier mal was zu verlinkt. Denn das gestaltet den Boden ein bisschen saurer. Oder saurer. Jetzt ist mein Kaffeesatz einmal umgefallen. Mist. Aber mir ist vorhin schon mal ein anderes Mistgeschick passiert. Oder aber ich sammle den... Mist war nicht. Ja, da könnt ihr mal sehen, bei mir läuft auch nicht alles glatt. So, also, das gestaltet den Boden eben saurer. Und ja, das mag der Klee nicht. So, und dann der letzte Tipp. Wenn ihr euch mal ja bei der Gartenarbeit so richtig, ja, die Hände schmutzig gemacht habt, auch mit Fetten oder sowas, einfach Kaffeesatz als Waschpaste nehmen sozusagen. Na, hier fallen aber alle Sachen um. Und die Hände damit gut waschen. Das ist hautverträglich. Und das schmörgelt dann so ein bisschen und schmörgelt den ganzen Dreck dann entsprechend. Oder schmutzt dann entsprechend ab. So, ich hoffe, wir haben was. Das waren die ganzen Tipps. Ich hoffe, ihr fällt euch nichts mehr um. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Lasst mir ein Abo da, wenn das nicht eh schon tut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.